Das ist richtiger Spocksport. Boxen in seiner Reinform, meine Damen und Herren. Boxen in seiner Reinform. Sie haben sich jahrelang vorbereitet. Jahrelang hartes Training, nur für diesen Tag. Noch mal zur Erklärung. Der Scheiß ist der junge Herr in der blauen Hose. Und der andere Typ heißt Hilarious Hexler. Der Scheiß legt eine kleine Führung vor. Steht absolut fest. Na kommt, lasst euch nicht lumpen. Noch zwei Runden. Ihr könnt alles geben. Jetzt zählt es. Von Brüderliebe ist hier absolut keine Rede mehr. Der Scheiß in die Re... Der Hexler kriegt absolut eins auf seine Mappe. Und Typhoon zählt im Kopf mit. Typhoon, ein klasse Typ. Er denkt immer nur in Matheformeln. Oh, sieht so aus, als wenn der Scheiß leicht angeschlagen ist. Hilarious Hexler macht nun mehr Druck. Bam! Zwei Brüder, die sich auf dem Blut hassen, kämpfen gegeneinander, meine Damen und Herren. Noch zehn Sekunden. Jetzt heißt es alles geben. Zehn Sekunden. Noch mal zu beeindrucken. Zehn Sekunden, um zu punkten. Das war die dritte Runde. Brother with arms. Brother with arms. Und wir kommen in Runde vier. Willkommen in Runde vier. Love is a burning thing. Runde vier. Partner da, wo der. And it makes a fiery ring. Come on. Bound by wild desire. Yes. I fell into a ring of fire. Super sexy. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, burns, burns. The ring of fire. The ring of fire. Yeah, the ring of fire. Okay, meine Damen und Herren, letzte Runde des Brüderkampfs. Deswegen macht noch mal ein ganz kleiner Blau. Zehn Sekunden, es geht gleich los. Zwei Brüder, die sich auf den Tod hassen. Taifun führt sich in die Mitte. Und los geht's. Die letzte Runde. Die letzte Runde. Beide geben noch mal alles. Die letzten Reserven werden mobilisiert. Können Sie dieses Wahnsinns-Tempo durchhalten? Ja, die beiden schenken sich nicht, obwohl sie blutverwandt sind. Ja. Noch geht bei beiden was. Aber jetzt. Jetzt kommen sie aus der Reserve. Feuert sie noch mal an für die letzten Sekunden. Für die letzten Minuten. Düsseldorf, gebt mal ein bisschen Lärm. Für die beiden Brüder, die hier kämpfen. Ranton gibt alles. Nicht mehr viel Zeit übrig. Oh yeah. Der. Noch ein Minütchen. Noch eine Minute. Jetzt könnt ihr alles geben. Wir müssen pumpen. Ja. Oh. Oh, das sieht heiß aus. Das sieht heiß aus. Der Scheiß. Einer, der Scheiß. Macht jetzt Druck, aber. Aber dein Bruder lässt sich nicht lumpen. Die Hilarious Hexler. Kommt schon. Aber klar. Ja. Noch mal rein hier. Noch mal richtig rein. Wir schauen langsam schon auf die Uhr. Noch zehn Sekunden. Der Scheiß graviert. Er geht in Deckung. Aber er kommt da. Ein Feuerhagel. Und das war's. Runners with arms. Und wer ist der Meinung, dass der unglaubliche Scheiß-Schawarma gewonnen hat? Und wer ist der Meinung, dass es der einzigartige, unglaubliche Hilarious Hexler war? Was soll man da sagen? Taifun, weil du deine Sammler bist. Skiddy, jetzt ist Taifun am Start. Taifun, küre den Gewinner. Bei dem Kampf Brother with Arms. Meine Damen und Herren. Fünf, vier, drei, drei, eins, noll. Gewinner ist Philippe Sender! Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020